Wir sind immer noch auf der Modenschau bei den Vorbereitungen und ich habe hier ein weiteres Model, ein ganz kleines Model. Das ist Thea. Thea? Hallo. Hallo. Na, und du modelst heute Abend auch? Ja. Was willst du denn anziehen? Ich ziehe ein Kleid an mit einer Jacke. Ein Kleid mit einer Jacke, gefällt es dir? Ja. Ja? Ist es so, dass man es auch normalerweise anziehen könnte in deinem Leben? Nein. Wieso nicht? Weil es ist ein bisschen kürzer und das hat hier sowas, wo man nicht so ganz mit in der Stadt gehen kann. Okay. Aber du findest es trotzdem schön. Bist du denn schon aufgeregt? Ja, sehr sogar. Sehr sogar? Was machst du gegen deine Aufregung? Manchmal halte ich die Luft an oder lache. Manchmal hältst du die Luft an oder lachst und das hilft gegen die Aufregung. Das ist ja eine schöne Methode. Hast du denn auch schon, bist du heute schon lange hier? Hast du schon oft proben müssen? Nein, nur einmal. Machst du das zum ersten Mal oder hast du vorher schon mal gemodelt? Nein, noch nie. Noch nie. Und wie bist du dazu gekommen, das heute hier zu machen? Die, die die Sachen genäht hat. Das war eine von meinen Freunden im Stall. Die ist im Stall. Und dann hat die das meiner Mutter gesagt. Und dann hat Mama mir das gefragt. Und dann habe ich Ja gesagt. Und bereust du es oder findest du es cool? Ich find's cool. Das ist schön. Dann sind wir sehr gespannt auf deinen Auftritt daher. Und ich entlasse dich wieder in deine Probe. Dankeschön. Tschüss. 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 Vielen Dank.